Okay, und dann ziehen wir Meta Black Lotus los und gucken, ob wir irgendwo einzelne Fahrzeuge übernehmen können. Der sollte hoffentlich hier dran scheitern. Jawohl. Die machen das, ne? Machen die das? Von oben kommt noch ein bisschen was angewackelt. Äh, das heißt, wir könnten halt easy mal hier noch mehr reinstecken. Sie bleibt da unentdeckt, das ist okay. Ich stelle die auch erstmal da ab. So, einfach nur zusehen, dass wir das hier alles gut wegkriegen. Das sieht aber ganz okay aus. Okay, die halten das. Wenn hier noch, äh, Bodentruppen ankommen. Jetzt sind wir damit auch ganz gut vorbereitet. Okay. Sure, quickly. Mmh, nicht doch. Und alles nur, weil der Iran in der Vorrunde ausgeschieden ist. Wobei, ich stehe noch gar nicht fest, ob der in der Vorrunde ausscheidet, glaube ich. Zumindest zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht. Okay, die fahren da im Verbund. Das ist nicht ganz so geil. Wenn davon irgendwer mal ruhig stehen bleiben würde, dass... ...wir irgendwo parken würden, dann wäre das voll gut. Stell dich nochmal da an die Seite. Ich muss hier nochmal ein Auge drauf haben. Die machen die Angry Mops schon platt, ne? Ja, das geht schon. Kriegen auch tatsächlich noch ein bisschen was nach. Hier unten ist bislang auch Ruhe. Na, was du nicht sagst. Capture these supplies. Natürlich, weil ich auch gar keine anderen Sorgen habe. Gut, dass die mich nicht sehen. Oder es disabelt die nur. Damit übernehme ich die nicht. Das ist gar nicht mal so geil. Gut. Das ist gar nicht mal so geil. Ist es klar? Klar. Wir gehen. Ist es klar? Geht ihr das hier hin? Offenbar nicht. Das Ding kann ich total übernehmen, oder? Ja. Ich glaube, er hat nur noch mehr DLA-Trumpen veröffentlicht. Da haben wir jetzt total das Supplies-Dash übernommen. Voll gut. Da gab es doch noch mehr von, oder? Da oben. Die Base da ist mir relativ egal. Könnt ihr bitte. Danke. Gibt es hier noch irgendwelche Gebäude, die ich übernehmen kann? Das bringt mir da unten alles nichts. Ja, passt schon. Eigentlich wollte ich das Ding gerade verkaufen. Kann ich aber offenbar nicht mehr. Das ist schon okay. Da oben ist noch eine Kiste. Wie gut, dass die nicht nerven, ey. Ihr habt auch einfach überhaupt kein Bedürfnis, auf die zu schießen, ne? Warum auch? Okay, wir haben noch ein bisschen Geld bekommen. Glaubt ihr da jetzt permanent Geld? Oder macht ihr das einmalig? Ja, das macht ihr einmalig, okay. Erstmal 1000 klauen. Dann übernehmen. Alter. Diese Panzer sind so stronsdumm. Ja, ist okay. Mal gucken, wo die jetzt hinlaufen. Das würde mich immer interessieren. Also, wäre es, glaube ich, irgendwann mal ganz sinnig, wenn wir das Soccer-Stadium kaputt machen. Das nervt nämlich langsam. Machen die Hacker eigentlich noch was? Warum sind meine Hacker tot? Wann ist das passiert? Das ist doch scheiße. Wie vor allem? Es ist doch nichts in die Basis gekommen. Alter Level set. Oh, fuck. Gib mir einen Job. Lass uns gehen. Unit verloren. Okay, dann habe ich jetzt wirklich langsam ein Geldproblem. Der Hubschrauber gehört nicht zum Spiel. Der fliegt hier über meinem Haus lang. Also, die machen mich da echt platt, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, fuck that. Wenn hier die asozialen Fußballfans ankommen, kommen wir halt mit einem Flammenwerferpanzer. Sind die noch nicht tot? Ich bin dabei. Oh Gott, ich muss das ganze Ding kaputt machen? Nicht von da. Oh, fuck. Dass wir da minimal in die Reichweite des Dingers halt gefahren sind, war halt echt nicht glücklich. Ja, geil. Das hat richtig gut funktioniert. Ich kann doch jetzt einpacken, oder? Ich hab halt nix mehr. Halt hier noch eine Handvoll Einheiten und das war's. Wie zur Hölle mach ich das? Na, die sehen mich ja nicht, ne? Okay. Natürlich. Kaum ziehe ich die da einen Meter ab, greifen die hier unten an. Das ist was. Das ist was. Ich könnte mit ihr wenigstens Gebäude sprengen. Das wär voll gut. Was? Das ist schon eine Reichweite? Geh mal weg, ey. Okay. Was du nicht sagst, das war eine Frage der Zeit. 200. Ich darf jetzt zumindest ein bisschen Geld. 200. Das ist ja lachhaft. Ich muss eigentlich nur die beiden Stinger-Sights da oben wegkriegen, alles andere ist schön. Das wird aber halt niemals passieren. Ich sollte, glaub ich, einfach stumpfen Batzen Panzer bauen und da hochfahren und auf die Basis unten scheißen. Ja. 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 Na ja. Irgendwie hab ich sowas erwartet. Hm? Okay, gegen den Morada-Tank könnte ich tatsächlich ein Problem haben. Vielleicht aber nicht. Spätestens gegen das Dingerding habe ich halt ein Problem. Ist eigentlich total unnütz, dass ich das jetzt noch probiere. Okay, wir werden uns ein bisschen zurückziehen, repariert sich der eine Panzer zumindest selber. Spätestens gegen die Stingerstellung kriegt er halt massiv auf die Fresse. Ja, ich glaube, das wird nichts. Aber es ist nur so eine Theorie. Können die bitte aufhören, Scheiß nach mir zu werfen? Ich brauche dafür echt nicht viele Panzer. Schade, dass das Ding draufgegangen ist. Wenn sie schnell genug ist, kann sie durchlaufen. Wenn das jetzt klappt, dann wäre das mal total gecheased. Aber nehm ich. Oder sie wird jetzt vom Zug überfahren. Wahrscheinlich wird mir gleich noch gesagt, dass ich dann die restlichen Stellungen auch noch platt machen muss und das kann ich dann halt knicken. Ich bin gespannt. das war's großartig okay okay das kann man so viel einfacher machen das kann man so viel einfacher machen einfach das komplette stadion gedöns ignorieren da hochfahren eines dinges der stellung wegschießen fertig okay das kann man sich echt so viel einfacher machen ja gut das war hart umständlich aber wir haben es immerhin geschafft dafür hakt das spiel jetzt wieder die moment of ultimate victory is near general the gla cell masterminding all asian pacific terrorist activity has been identified in tajikstan you have been authorized to unleash our nuclear arsenal and reduce our foes to dust china's future is balanced in your hand comrade der winter ist das schon die letzte ist die vorletzte mission habe ich da gerade hinterhalt gehört gott die haben sniper nicht gut das können wir doch total vergessen oder die gehen noch alle drauf oh gott wir steigen da mittendrin ein das war so nicht geplant könnt ihr bitte das ding platt machen das tägliche base und luke resources erst mal müsste ich irgendwas haben womit ich eine base bauen könnte das wäre super sexy guck mal in welcher ecke der map sind wir denn eher oben eher mittig niemand weiß das gut aber ich schätze wir bauen exakt hier ähm was wir aber vormachen ist äh speichern ah es ist tatsächlich schon die letzte mission von china schon die siebte okay ich dachte das wäre es die sechste ähm okay und das führen wir uns dann mal in der nächsten folge zu gemüte mal gucken was das gibt ich bin gespannt bis dahin danke fürs zugucken angenehmen tag noch und macht's gut haut rein und tschüss äh äh